Ja, alle Geräte sind tot. Seht euch den ganzen Scheiß an, gruselig. Glaubt ihr Kirillenko ist in dem Vogel? Kann sein. Wir müssen das so oder so schrauben. 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 Ja, nein, nein! Scheiße, da sind noch mehr! Okay, bei der Absicherung kommen wir nie alle rein. Wir geben Feuerschutz, ihr geht vor und wir kommen schnellstens nach. Ich habe nichts mehr! Ich habe nichts mehr! Wir kommen jetzt! Wir kommen jetzt! Ich habe nichts mehr! Ich habe nichts mehr! Ich muss nur noch etwas Verrug. Es ist eine Uhr, Kaffee. Wir kommen jetzt kurz. Was ist das? Alles klar bei dir? Gut siehst du aus. Echt witzig, Marlow. Wenn wir hier nicht krepieren, werde ich dich häuten wie ein Elch. Hey, das Flugzeug bewegt sich. Seht nur, wie groß das Ding ist. Das ist eine A1-225. Eine größere Version der A1-124. Die größte, die je gebaut wurde. Das Ding kann mit 253 Tonnen beladen werden. Ich kenne mich aus, was? Warum hat die Waffe mich auf das Flugzeug zerstört? Naja, scheinbar ist sie Mittelpunkt einer Skalabafel sicher. Aber außerhalb ist es... So oder so... Wer hat Lust auf eine Flugzeugentführung? Das Flugzeug startet! Wir sollten uns beeilen! Da runter! Da runter! Das geht mit kann! Musik eine lange nacht warten planen aber warum ist in den dingern von der dämmerung immer am dunkelsten manchmal muss man nur ein kleines licht einschalten